Servus und herzlich grüß Gott im Skigebiet Watschröcken am Arnberg. Mit über zwei Meter Schnee im Skigebiet warten wirklich traumhafte Verhältnisse auf euch. Am kommenden Wochenende trifft sich wieder die Freeride Szene in Watschröcken. 35 Aussteller präsentieren ihre neuesten Produkte und zusätzlich erwarten euch viele Side-Events mit den Profis der Skischule Watsch.